Du kennst das Problem, du möchtest unbedingt dein eigenes Reel oder dein eigenes Foto nochmal runterladen, aber du kriegst es nicht in guter Qualität heruntergeladen. Heute zeige ich dir, wie ich das mache. Hi, ich bin Sandra Staub und du kannst mir natürlich sehr, sehr gerne folgen. So, erstmal brauche ich natürlich die Quelle. Hier habe ich mein Reel und hier ist zum Sicherheit schon mal der Ton ausgeschaltet. So, jedes Reel hat hier oben eine Adresse. Nein, vom Smartphone aus würde ich dir das nicht empfehlen zu tun. Kopieren, die Adresse kopieren und dann gehen wir auf die Webseite snapinsta.app.de. Das macht er automatisch, dass uns dahin weicht quasi. Hier oben könnte man auch die Sprache umstellen, wenn das notwendig wäre. So, und jetzt steht hier schon Paste URL Instagram und das mache ich jetzt auch einfach. Ich füge das ein und klicke auf den blauen Download-Button. Ja, hier kommt ein Fenster, da kann ich einfach auf Close drücken und jetzt haben wir hier einen blauen Download-Button. Auf den kann ich draufdrücken und dann wird es auch schon runtergeladen und hier ist es. Und in wenigen Sekunden ist es auf meinem Rechner und ich kann damit auch auf anderen Netzwerken arbeiten. Lass uns mal gucken. Ja, es ist da. Ja, und der Ton ist auch dabei. Okay, also du siehst ganz einfach, du brauchst nichts herunterladen. Hier unten Download-App-With-Snap-Insta sehe ich nicht so. Relativ einfach, einfach oben eingeben, runterladen, Spaß haben. Ich freue mich, wenn du Spaß hattest und wenn wir uns schon ganz bald wieder sehen. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. Vielen Dank.